Liebe Eishockey-Freunde, heute mal wieder einen Rückblick und Vorschau auf die Spiele, die wir gespielt haben und die, die da so kommen. Heute mit Daniel Fiesinger. Daniel, schön, dass du da bist. Hallo, servus. Ich möchte mit dir gerne auf die Spiele gegen Dresden und Weißwasser zurückblicken. Ich denke, am Freitag haben wir ein tolles Eishockey-Spiel hier gesehen mit viel Action, Härte, kuriosen Dingen, das wir am Schluss, glaube ich, aber auch sehr verdient mit 5 zu 2 gewonnen haben. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Also es war ein recht wildes Spiel, gerade im ersten Drittel. Die Dresdner, die haben ein paar gute Chancen gehabt, die haben sie nicht nutzen können, weil wir gut verteidigt haben. Sind auch nicht panisch geworden, sind recht ruhig geblieben. Und ja, irgendwann ist vielleicht bei den Superstars vielleicht ein bisschen der Frust gekommen und dann gab es die ein oder andere, sag ich es mal, nicht so schöne Szene, die vom Schiedsrichter geahndet wurde. Und ja, wir konnten im Überzahl die Situationen gut ausnutzen. Und das hat uns natürlich dann im ersten Drittel schon, oder nach dem ersten Drittel, einen guten Schwung gegeben, dass wir da gleich mit 3-0 auch mal in Führung gehen, zu Hause. Und das war schon sehr wichtig für das Spiel. Und ja, dann im weiteren Verlauf haben wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen nachgelassen, haben die Dresdner noch mal rankommen lassen. Aber ganz wichtig war, dass wir nicht zurückgesteckt haben trotzdem und weitergemacht haben. Und haben uns am Ende dann auch mit dem 5-2 auch belohnt. Für, denke ich, ein sehr, sehr gutes Eishockeyspiel, das man gut anschauen konnte. Und ja, da hat man mal wirklich auch gesehen, dass wir, wenn wir konstant 16 Minuten spielen, auch wirklich mit den Top-Teams mithalten können und auch ein sehr schönes Eishockey und ein konsequentes Eishockey spielen können. Du hast es angesprochen, ihr habt vielleicht ein bisschen nachgelassen, hast du gesagt, aber ihr habt euch nicht auch so Ruhe bringen lassen, obwohl die dann auf 3-2 rangekommen sind. Im Gegenteil, man hatte eher sogar das Gefühl, das war für euch so ein Zeichen, jetzt müssen wir noch mal richtig Gas geben vielleicht und auch ein gutes Gefühl dann als Mannschaft, dass man sagt, hey, wir brauchen uns da nicht aus der Ruhe bringen lassen, bloß weil es mal ein Gegentor gibt, in Weißwasser war es dann vielleicht ein bisschen anders, wo ihr wieder einen Doppelschlag kassiert habt innerhalb von einer Minute oder so. Ja, also am Freitag gegen Dresden war es halt so, wie gesagt, wir haben halt die 3-0-Führung gehabt. Das gibt eine gewisse Sicherheit, einen gewissen Aufschwung und auch wenn Dresden dann eben noch mal rankommen ist, wir sind nicht zurückgeschreckt und haben uns auch nicht in der defensiven Zone versteckt, sondern wir wollten trotzdem auch aktiv weiter nach vorne spielen. Das ist uns ganz gut gelungen und haben natürlich dann auch die Nadelstiche richtig setzen können. Ja, und wie wir ja auch schon gesagt haben, ich glaube, das 5-2 war am Ende dann schon auch verdient, wenn man das Spiel anschaut. Ja, genau. Wenn Weißwasser dann, wie gesagt, war da eigentlich, glaube ich, richtig gut im Spiel. Ich war auch überrascht, weil oftmals, wenn man nach Weißwasser fährt, ist der Start eher nicht ganz so gut. Über die Jahre so die Erfahrung beim Zuschauen. Diesmal war es irgendwie andersrum. Wir waren richtig aktiv, wir hatten richtig gute Chancen, jetzt keine 500-, 600-prozentige, aber wir haben uns immer mal wieder ein bisschen festgesetzt und auf einmal waren wir irgendwie 2-0 hinten. Ich habe im Spielbericht geschrieben, aus meiner Sicht ein bisschen unverdient die Führung für Weißwasser. Zumindest aufgrund dessen, wie das Drittel war. Am Schluss geht vielleicht der Sieg auch in Ordnung für die Lausitzer, keine Frage. Aber warum passiert es uns so oft in letzter Zeit, dass wir Doppelschläge auswärts kassieren? Sagst du vielleicht, das ist Zufall oder steckt irgendwas dahinter? Also ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Ich könnte es aber auch keinen direkten Grund nennen. Ja, wir haben gut gestartet. Die ersten 16 Minuten, glaube ich, haben wir auch gut dagegen gehalten. Es war wichtig, dass wir nach der langen Busfahrt auch aktiv rauskommen. Nicht irgendwo uns in der defensiven Zone, dass wir da nicht feststecken, sondern dass wir auch aktiv nach vorne spielen. Das ist uns da ganz gut gelungen. Ja, und dann haben wir halt Kleinigkeiten. Wir haben die 2-0-Führung für Weißwasser quasi herbeigebracht. Einmal haben wir die Scheibe nicht rausgebracht. Und beim anderen, ja, es war einfach ein bisschen ungeordnet. Beim zweiten vielleicht auch einfach ein bisschen unglücklich, dass mir der unter dem Arm noch rausfällt und dann da liegt für das offene Tor. Ja, aber ich sage jetzt mal, im Weißwasser war es halt auch so, wenn man der Schussstatistik Glauben schenken kann, was denke ich schon der Fall ist, dann haben die ja fast doppelt so oft aufs Tor geschossen wie wir. Und es wird wenig Spiele geben, wo du mit der Hälfte von der Schüsse Spiele gewinnst. Also deswegen am Ende vielleicht dann auch doch leider verdient oder zu Recht verloren. Ich denke auch, die Schussstatistik hat schon für Weißwasser gesprochen. Man hat auch gemerkt, dass die, glaube ich, schon versucht haben, irgendwie jede Scheibe auch gut aufs Tor zu bringen. Während wir so, Daniel Juhn hat es, glaube ich, auch in der PK gesagt, immer so ein bisschen außenrum gespielt haben. Ich habe vorher ein bisschen Trainingskibitz gespielt. Da war das auch mal ein Thema, glaube ich, wo er das angesprochen hat, dass man schauen muss, dass man nicht unbedingt auch zu viel außenrum spielt. Aber lassen wir das Wochenende ruhen. Jetzt sind 15 Saisonspiele rum. Wir stehen auf dem achten Platz, haben 24 Punkte. Wie fällt dein Fazit insgesamt aus bis jetzt? Ja, es ist, wie ich, glaube ich, auch vor ein paar Wochen schon in der Zeitung gesagt habe, es ist nicht alles gut, es ist aber auch nicht alles schlecht. Wir stehen im Mittelfeld. Es ist genug Raum für Verbesserungen da. So ehrlich muss man sein. Es ist aber auch nicht alles schlecht. Also, du gewinnst nicht doch so viele Spiele und holst nicht so viele Punkte nur mit Glück und nur durch Zufall. Es gibt anscheinend doch Sachen, die wir auch richtig machen oder in denen wir uns auch verbessert haben. Also, ich finde zum Beispiel unsere Unterzahl und Überzahl, das war am Anfang schon nicht zufriedenstellend. Da haben wir uns jetzt schon ein bisschen nach oben gearbeitet und können da auch, sei es mal, mit einer breiteren Bust in die Spiele gehen und auch auf das Überzahl vertrauen, dass sie auch einfach mal ein Tor schießen. Und selbiges gilt für Unterzahl, dass wir da einfach grundsätzlich schon ziemlich stabil stehen. Natürlich, also Überzahl, Unterzahl, da wird es immer Chancen geben und du wirst es nie ganz abstellen können. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir auch in Unterzahl inzwischen einen recht stabilen Eindruck machen. Und ja, wie gesagt, also die Punkte holst du nicht durch Zufall und nicht durch Glück. Deswegen denke ich, ist es okay, aber es ist noch genug Raum für Verbesserung auch da. Du hast das Unterzahl gerade angesprochen und das Überzahl. Ich hatte in die Vorbereitung auf die Spiele am letzten Wochenende, wenn wir doch nochmal zurückschauen, auch gedacht eigentlich, wir sind gar nicht so gut. Wir sind aber bei insgesamt 96 Prozent, man sagt 100 Prozent, wenn man hat insgesamt in Unterzahl und Überzahl zusammen ist es gut. Und wenn man dann insgesamt schaut, stehen wir da halt auch im Mittelfeld und vielleicht erklärt das die ganze Zeit dann auch vielleicht, warum man halt dann eben auf einem guten Mittelfeldplatz, der ja absolut in Ordnung ist für uns, steht. Ja, absolut, also sehe ich ganz genauso. Also das spiegelt wahrscheinlich schon auch ein bisschen den Tabellenplatz wieder. Ich glaube, die Top-Teams, die sind halt teilweise in Unterzahl bei 90 Prozent oder so oder auch in Überzahl bei 30 Prozent. Das sind Ausreißer, das sind halt wirklich ein paar Top-Teams. Aber ich denke, dass wir für das, wie wir gestartet haben in den Special-Teams, haben wir uns da schon deutlich verbessert. Und da zeigt die Kurve ja schon nach oben. Auf jeden Fall nach oben, genau. Was ich mir da notiert habe auf meinem super schlauen Zettel hier ist, vielleicht zu viele Gegentore bis jetzt. Das würde ja dich als Torhüter vor allem extrem ärgern, sage ich mal, wenn man viele Gegentore kriegt. Woran liegt es, dass wir gerade, sage ich mal, was ja die letzten zwei, drei Jahre eigentlich unsere totale Stärke war, dass wir defensiv eigentlich sehr stabil waren jetzt immer. Spielen wir offensiver und es gibt daher vielleicht auch Spiele mit mehr Toren? Oder sagst du, das kommt halt auch mal vor, vielleicht sieht es in zehn Spielen, wenn wir weiterschauen, wieder anders aus? Oder gibt es da auch Verbesserungsbedarf aus deiner Sicht? Ja, also wir kriegen definitiv zu viele Gegentore. Wir haben es den Gegnern auch meistens ein bisschen zu leicht gemacht, gerade in den ersten paar Spielen. Ja, es gab halt doch auch einige Veränderungen jetzt zur neuen Saison. Viele neue Spieler, auch ein neues System im Vergleich zum letzten Jahr. das jetzt aber auch wieder verbessert wurde, beziehungsweise geändert wurde. Und grundsätzlich, glaube ich, seit der Veränderung finde ich auch, dass wir schon die richtigen Schritte in die richtige Richtung machen. Aber da ist es auch so, wie halt bei allem oder bei der Saison halt, es ist noch Raum nach oben. Das muss sich jetzt entwickeln. Natürlich, es ist nicht viel Zeit zum Entwickeln und zum Abwarten da, aber grundsätzlich, so peu a peu, bin ich mir da ziemlich sicher, dass das schon auch besser und konstanter wird. Und dann folgen vielleicht auch mehr engere Spiele, vielleicht mal ein 2-1, ein 3-1, ein 3-2 oder sowas, wo nicht immer fünf oder mehr Gegentore da auf der Anzeigetafel stehen. Ich glaube, für die Zuschauer ist es manchmal ja doch ganz schön, wenn viele Tore fallen und eben halt für den Torhüter und für die Verteidiger nicht so. Wobei die Verteidiger haben meiner Meinung nach auch viel Kritik einstecken müssen. Insgesamt, glaube ich, aber ist es halt schon ein Mannschaftsthema, oder? Also es kann ja nicht nur jetzt am Verteidiger liegen oder am Torhüter oder an einem Stürmer. Ja, also es gehören alle zusammen. Wir sitzen alle im selben Boot. Wenn vorne einer einen Fehler macht, dann fällt es vielleicht nicht ganz so ins Gewicht. Dann kommen noch die Verteidiger und am Ende kommt der Torwart. Aber letztendlich, ja, wir sind alle dafür verantwortlich für die Gegentore. Es ist nie nur ein einzelner Spieler oder nie nur die Verteidigung oder der Torwart, sondern da gehören auch die Stürmer dazu, weil die müssen auch genauso zurückarbeiten, gerade, sag ich mal, bei den Rushes Against, die aktuell, sag ich mal, auch noch ein bisschen eine Schwachstelle sind bei uns, wo wir schon zu viele Großchancen oder Gegentore auch zulassen. Aber das ist eine Arbeit vom ganzen Team. Da gehören die Stürmer auch dazu. Und ja, das ist auch sicher was, was wir noch verbessern können und müssen. Dann wollen wir jetzt mal auf die Pause schauen. Deutschland Cup Pause nach dem Wochenende. Wir spielen noch gegen Krimicau zu Hause und den Sepp am Sonntag. Was hat Daniel Fiesinger vor an der Pause? Und sagt er, die Pause kommt jetzt zum richtigen Zeitpunkt? Oder würdest du lieber jetzt noch ein paar Spiele machen und später eine Pause haben? Ob die Pause zum richtigen Zeitpunkt kommt oder nicht, das ist immer schwer zu sagen. Die Pause ist festgelegt. Die kommt so oder so. Die muss man so annehmen. Ich denke, wir Spieler nehmen es ja auch immer recht dankend an. Also es ist ja schon nach dem ersten Viertel ungefähr ist es dann, mal so ein paar Tage frei zu haben und die Zeit auch zu nutzen. Das tut schon gut. Auch einfach mal weg vom Eishockey zu kommen, mal abzuschalten. Und ja, das wird immer ganz gut genutzt. Wir werden es auch nutzen. Wir werden auch in den Urlaub gehen für ein paar Tage. Und ja, dann kommen wir mit Energie wieder zurück und greifen wieder an. Genau. Und bevor wir in die Cup Pause gehen, schauen wir jetzt noch ganz schnell auf die Spiele gegen Krimicau. Und Sepp, ich bin zu Hause gegen Krimicau. Die sind, glaube ich, auch nicht so toll in die Saison gestartet, wie sie es sich wahrscheinlich vorgestellt haben. Ich denke, sie haben einen sehr starken Kader, sehr ausgeglichenen Kader. Es gab am Anfang, glaube ich, auch Verletzungssorgen und so, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Wir haben ein Spiel dort gehabt. Das haben wir 3 zu 2 gewonnen. Auch ein sehr kurioses Spiel irgendwie, meiner Meinung nach. Da haben wir mal den Doppelschlag gemacht und haben das Spiel gedreht. Das stimmt, ja. Wenn wir bei Doppelschlägen schon waren vorher. Aber die sind, glaube ich, jetzt wieder richtig in der Spur. Haben in letzter Zeit gut gepunktet. Wird auch zuletzt 2 zu 0 gegen Landshut gewonnen zu Hause. Ich denke, das ist schon ein kleines Statement. Gerade Landshut ist sehr offensiv stark. Hast du ja auch schon am eigenen Leib erleben müssen. Oder unsere Mannschaft in Landshut. Das war ja schon stark, was die da auch gezeigt haben. Was muss gegen Krimicau passen, damit wir die zu Hause schlagen können und vielleicht auch unsere Heimserie noch ein bisschen am Leben halten können? Ja, also ich glaube, in Krimicau ist es für alle Mannschaften schwer zu spielen. Also es hat schon seinen ganz eigenen Charme für alle Mannschaften. Und ja, wir waren vor ein paar Wochen da und haben auch ein sehr, sehr enges und knappes Spiel gerade so gewonnen. Ja, was uns da erwartet. Also ich meine, die stecken jetzt nicht in der Krise drin. Und die haben sich auch schon ein bisschen rausgearbeitet. Aber die werden sicher motiviert zu uns kommen. Die wollen sich vielleicht auch ein bisschen für das erste knappe Spiel, wo nach Krimicau sich vielleicht ein bisschen zu Unrecht verloren gegangen ist. Wollen sie sich vielleicht auch remanchieren und uns hier das Leben schwer machen. Aber ich glaube, dass wir grundsätzlich zu Hause und auch mit den eigenen Fans im Rücken mit einem guten Selbstvertrauen in das Spiel starten können. Und wenn wir da anknüpfen, wo wir zu Hause aufgehört haben gegen Dresden, dann denke ich, schaut das ganz gut aus. Und dann geht es noch nach Sepp. Ich glaube, in Sepp haben wir in den letzten Saisons immer irgendwie so in Overtime verloren oder so, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall immer sehr, sehr enge Spiele, hart umkämpfte Spiele. Wie ist es dort in Sepp zu spielen für dich als Torhüter? Und was erwartet uns da? Ich denke, wahrscheinlich auch eine hochmotivierte Mannschaft, die aber, das muss man tatsächlich sagen, ich glaube, jetzt vier oder fünf Spiele in Folge verloren hat und wahrscheinlich auch alles dran setzen wird, um uns zu schlagen. Natürlich, also jede Mannschaft, die da auch, sei es mal, ein bisschen unten drinsteckt oder ein paar Spiele verloren hat, die will das Blatt drehen. Die wollen da wieder rauskommen. Die wollen sicher auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen tanken und auch nicht mit einer Niederlage in die Deutschlandcup-Pause gehen. Selbiges gilt aber auch für uns. Also ich meine, wir sind genauso motiviert und wollen auch nicht mit einer Niederlage in die Deutschlandcup-Pause gehen. Wir wollen mit einem guten Gefühl reingehen. Dann sind auch die paar Tage frei, die wir dann haben, ein bisschen leichter. Und ja, das Spiel in Sepp sind eigentlich immer gute, enge Spiele, wie du gesagt hast. Mal gewinnen die, mal gewinnen wir. Es ist aber immer recht eng. Ich meine, die haben auch eine gute Mannschaft, die haben gute Stürmer. Das Spiel hier in Kopfbeuern, wenn mich nicht alles täuscht, war ja auch recht eng oder vielleicht mit zwei, drei Toren. Aber ja, also das ist dieses Jahr wieder, wie letztes Jahr, die ganze Liga ist recht eng und irgendwie gewinnt jeder gegen jeden Mal. Also ich meine, wir haben ja auch gegen Dresden gewonnen. Freiburg gewinnt vergangenes Wochenende gegen Kassel überraschenderweise und Krimmetschau gegen Landshut, wie du gesagt hast. Also es ist eine total offene Liga und du musst in jedes Spiel reingehen und es gewinnen wollen. Ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf. Die Liga ist eng und du musst das Spiel gewinnen wollen. Dann wünsche ich dir und der Mannschaft ganz, ganz viel Erfolg dabei, damit ihr mit dem guten Gefühl in die Deutschlandcup-Pause geht, die Deutschlandcup-Pause mehr genießen könnt, wie vielleicht, wenn er mit einer Niederlage reingeht. Und ja, den bestmöglichen Erfolg fürs Wochenende. Vielen Dank. Vielen Dank.